Du kriegst doch den Loadout einfach vor dich, zur Ablenkung. Haha, die denken sich jetzt auch, what the f... Du weißt aber schon, wenn du... Ich hab kein Wort von dem verstanden, was du gesagt hast, weil du sehr leise gerade warst. Wenn du aus... wenn du im Clip bist, kannst du zur VOD wechseln und hast direkt gefehlen im VOD, dann musst du die nicht raussuchen. Der bitte, was? Seit wann geht das denn? Die ist gelb gekennzeichnet. Das kam länger. Nein. Noch? Echt? Ja. Ja, geil. Ja, dann Clips erstellen, safe. Jetzt habt ihr noch mehr Arbeit, sei aber schuld. Ich hatte über das Wochenende einen Internetausfall. Es sind hier an der Straße irgendwie so 50 Geräte ausgefallen, weil... also in den Gebäuden neben mir. Weil irgendwie auf der Straße irgendwas durchgebohrt wurde oder irgendwas... oder ist irgendwas kaputt gegangen. Als ich über das Wochenende, als Maxi hier war, konnten wir kein... konnten wir kein, äh, Dings... kein Netflix durchgucken. Wir haben voll traurig im Wohnzimmer auf der Couch gelegen, hab über mein Handy Rick and Morty geguckt, während der Fernseher da... da stand. Voll traurig, Mann. So viel Detoxing. Ja, voll. Yep, Lodi. Äh, da drüben wurde auch ein Lodi geholt. Ja, komm. Aber egal, wir haben anderes zu tun gehabt. Oh Gott, das hat sich jetzt falsch angehört. Das hat sich kurz falsch angehört, ich wollte nichts dazu sagen. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, no sexual. No sexual. Ist okay, ist okay. No sexual. Es ist eh schon zu spät, Regina. No sexual! Ich hab schon die Bilder im Kopf. Geist, ich darf mich nicht drüber freuen. Nein, 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 das war so nicht gemeint. Wir haben, wir haben was unternommen. Oha, Alex, was wolltest du denn damit sagen? Nein, ich wollte gar nichts sagen. Wir haben was unternommen, mein Vater. Oha, ich halt beim Maul. Oha, Alex, du geistest, ich kümmere mich an die Scheiße. Ich hab ne Moneybox von C-Braun. Alex, kannst du ne Drohne ziehen? Ja, ich brauch die. Zieh mal. Alex, kannst du auch an mein Finger ziehen? Scheiße. Aber es wird rot. Ja, scheiße. Das ist nicht das Bärche-Kopfgeld. Einer noch. Also wo schießt die jetzt hin? Zu Blau oder wohin? Nah hin. Okay. Ich komm zu Rolsch. Der holt, oh jetzt, der holt ihn jetzt. So ne ruft auch schon, also wenn ihr möchtet, könnten ja. Also bei Raun tun wir hier. Ja, aber wir laufen halt komplett entgegengesetzt. Ah, ja, da laufen sie. Einmal. Die fighten mit irgendwen. Noch. Oh, einer ist noch, ja. Oh, die fighten mit euch. Der holt ihn jetzt. Okay. Da ist aber noch einer gewesen. Genau, der holt ihn. Hier ist er noch. Da, mal noch. Bei Lena? Da, genau, da. Live-Marker. Der läuft zu Boden. Oder ist das? Ne, gar nicht wahr. Der läuft weg. Wir sind bei mir genau hinter der Mauer. Nice. War mir gut, sind aber noch welche, gell? Ich bin nicht gemutet, ich bin am fighten. Ich hab fünf Leute. Wie viele sind denn da noch? Noch einer. Bei Blaus hin ist ein ganzes Team auf dem Dach, ne? Es ist nur noch einer. Wollen wir in die Zone oder wollt ihr noch mit den fighten? Dann müssen wir noch. Ihr habt auf jeden Fall ein Auto. Oh, Alex, du musst wahrscheinlich weg da. Ich sehe halt von mir aus nix. Hat auch da. Einer Snog. Auf dem Dollarhaus. Ja. Nein. Das war nur mal einer. Let's go in Ends Zone. Wir holen noch mal einen Bounty noch unterwegs, oder? Du was sagst. Mhm. Hast du eventuell eine Platte oder soll ich die Plattenbox droppen? Ich hab Platten, ich hab Platten. Also ich brauch bloß eine oder zwei. Äh, hier ist noch eine Plattenbox. Ich hab schon eine Moneybox. Der fährt weg. Hier kommt man nicht drüber, ne? Weißt du. Oh, yes. Weg vom Dach am besten. Safe weg vom Dach, die sitzen oben. Auf Airport meint ihr? Mhm. Äh, meinst du? Ja, Airport. Soll ich mal einen Cluster werfen, damit wir crossen können, oder? Oh, nee. Nevermind. Hier ist eine Gasmaske. Geben wir schnell Geist holen. Ihr seid eigentlich genau in der Mitte von Füßen. Regina, was hast du für eine Geist-Klasse? Eine MP oder so, eine McTen oder sowas? Äh, ich guck mal ganz kurz. Ich hab eine Bullfrog. Ich hab eine Car. Die auf der Bücke. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Bullfrog. Direkt über mir ist einer. Über mir auf der Straße hier. Dankeschön. Auf der Straße? Glaube ich. Also hier ist gerade jemand gelandet bei mir, ja? Ich hab leider auch sehr, sehr wenig Munition. Ich hab eine Moneybox. Hier ist noch eine Moneybox. Soll ich sie direkt droppen? Ja, schmeiß mal direkt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Ich bin gerade nicht bei euch, ne? Ja. Ach, das bist du? Ja, ich hab nur deinen Tag nicht gesehen über deinem Kopf. Fuck. Ist der bei Lila raus? Oder ist er noch drin? Ey, ich seh gar nichts. Die snipen auch schon vor uns. Wir haben richtiges Problem. Deswegen sag ich doch mit dem Autofahren. Ja, das wäre das Beste. Also vor uns sind Safe-Gegner und links von uns sind Safe-Gegner. Okay, lass mal zum Shop, dann können wir Alex kaufen. Hier ist einer. Hier sind Gegner. Ja, bei Blau. Bei Blau, ja. Bei Blau. Bei Blau. Bei Blau ist die Gegend. Ich kann da einen Cluster hinwerfen, hey. Okay. Schwierig, wenn wir da durchfahren. Wenn die in C4 haben, sie wird haupt. Oh nein, ich hab kein Dings mehr. Mann, Hartwig, hab ich da liegen lassen? Kann ich nicht. Das ist eine In-Game-Waffe. In der Halle, Shield-Break, direkt unter, die Regina hat theoretisch gesehen. Ich höre was. Der ist bei dir drin, kann das sein? Ich meine, ich hab was gehört, ja. Vom Shop, vom Shop wird gesniped. Von welchem Shop? Hier. Ja. Oh, fuck. Fuck. Ach, Mann. Nice. Hast du den vom Shop? Oder war das... Nein, nein, das war ein anderes Thema. Okay, dann ist das ein anderes Thema. Okay, never mind. Der am Shop ist noch da. Hab ich grad gesehen. Vom, Alter. Plattenverschwendung des Todes. Ich kann einen Cluster hinwerfen und dann? Bringt ja auch nichts. Bei mir ist jemand, bei mir? Bei mir sind zwei Leute. Dieses Gegenlicht, Alter. Hier. Oh nein, der ist immer... Guck mal, ey. Beim Shop ist mindestens ein ganzes Team. Ich hab einen, tot. Hier, Regina. Danke. Fuck, direkt bei mir, beim Auto ist einer. Truck kommt. Ich brauch am besten immer einen Ping. Ist dann ausgestiegen. Ich rede die echt schlecht. Hier. Ja, ich kann nicht pingen. Hallo. Der Live-Marker. Hier. Alter! Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Komm hier rein, komm hier rein. Ah, komm. Dann Timitin wurde in den Kulak geschenkt. Und dann hast du eine Stimme. Däugame. Wenn die nicht. Wenn die krosten sind, sind sie tot. Komm hier wieder. Ach, komm. Mann, ey. Kleiner Penner. Scheiß. Ey, dieses Scheiß-Gegenlicht, ne? Es fuckt so ab. Ja, nice. Keine Platten mehr, auch gut. Einer ist noch. Ich lasse da. Ja, oh ja. Ja, der ist raus, der ist schon raus. Ich habe einen Cluster jetzt auf den LKW geworfen. Und am Rand. Oh, einer ist Shitbreak. Vor mir ist noch einer. Mein Fuck, der ist noch. Hier. Auf grün, auf grün, auf grün. Da sind noch Gegner, ganzes Team, die crossen gerade. Die crossen. Danke. Nice, links, ganzes Team, die crossen gerade zum Shop. Regina, hier, Plates, die Beste. Ja, danke. Da, 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 hinterm Laster. Ja. Ist raus. Nice. Oh, ich habe ein bisschen Geld. Ich werde mal einen Lodi holen für euch, ne? Halt den aber noch, solange du kannst. Okay, ich nehme noch eine Drohne. Können wir eine Plattenkiste kaufen, bitte? Wir haben, glaube ich, eine Plattenkiste, oder? Hier liegt eine Muni-Kiste. Hier ist eine Muni-Kiste. Ich droppe euch noch Geld. Was hast du denn? Ich habe jetzt eine Drohne und den Lodi, Leute. Regina, kauft ja auch mal Self. Mein Spiel kauft ja auch mal Self und eine Drohne. Wo soll ich den Lodi hinschmeißen? Ihr sagt Bescheid, ja? Wir sind halt sehr open field, wenn wir den jetzt werfen, ne? Kann mir jemand eine Platte geben, bitte? Ja, 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 hier, hier, hier. Komm, 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 komm. Soll ich eine Drohne anmachen? Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Hier liegt Stuff, hier liegt Stuff. Link durch. Geh mal die Drohne an. Links, äh, rechts. Der ist bei seinem Stuff. Nice. Jetzt nicht mehr. Hast du das auch gehört? Ja. Hier sind welche bei Raunch. Lacht ihr jetzt, weil er gesagt hat, jetzt nicht mehr? Oder habe ich irgendwas anderes verpasst? Ich glaube, Mindfick hat ihn gehört, weil er auch drauf geschossen hat. Er hat so gelacht, als ich ihn abgeschossen habe. Wie so ein Clown. So ein richtig dreckiger. Shit-Break. Der bei Lila Shit-Break. Ich habe eine Drohne, soll ich sie mal droppen? Hier am Fenster Shit-Break. Also bei Lila im Haus, sagt ihr? Fuck. Scheiße. Fuck. Da läuft der, da. Fuck. Ah. Shit. Den beim Gefahrenmarker? Sehr gut. Ist das? Nice. Da waren noch rechts welche. In dem weißen LKW ist noch einer? Ja. Habt ihr den beim Stein, hast du ein Dings bekommen? Einer müsste noch leben. Einer müsste noch leben. Ja, der beim Stein. Ja, da, da, da. Fuck, der holt den, der holt den. Pushen, pushen. Braucht ihr nicht? Nice. Der ist raus, der ist raus. Sehr gut. TV Station war noch was? Oh, eine Drohne wäre jetzt absolut insane, Leute. Ja, wenn wir zusammenlegen könnten. Nee, doch nicht. Aber die haben doch bestimmt was. Die könnten wir doch looten, oder? Oh, das sind mehrere Sniper. Prezi, 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 Leute. Scheiße, 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 scheiße. Das sind drei Stück mindestens. Ja, mindestens drei und zwei Sniper mindestens. Der ist direkt los, der ist direkt los. Nein. Sorry, Mann. Ey, ich komm hier einfach nicht. Komm, komm mal was für ein Scheiß. Ich komm hier einfach nicht hoch. Die laufen runter. Zieht durch, ihr braucht noch 200, dann könnt ihr noch einen wieder kaufen. Scheiße. Er ist noch. Nice, Wunder, Wunder. Hinterm Stein. Genau, Mann. Äh, hinterm Baum. Scheiße. Ja, na, wer meint. Jetzt haben die damit erstmal zu tun. Mein Fried, hast du da alle glootet? Ja. Auch die hinten am Felsen, die hatten so wenig Cash nur. Die müssen jetzt hier hoch. Oh, ja, da bist du ja. Mein Lieber. Komm her. Ach, Mann, immer nur diese fucking Shield-Hits. Oh, 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 shit. Regier, vergiss nicht, du hast immer noch den Lodi, ne? Ja, ja, was soll ich denn machen? Ja, eh, aber ich mach. Mein Fried, du musst am besten links hoch. Komplett links moven. Du musst hin, Regina. Scheiße. Das ist ein ganzes Team. Lass dir einfach an dir vorbeirennen, ich schwöre. Wenn du Glück hast, werden die zerschnetzelt. Wenn mich jetzt ein Querschläger trifft, na, da wissen die, dass hier einer ist. Warte, bis er steht und schieß dir in den Kopf mit der K. Oh, Gott. Jetzt am besten nicht, weil du moving musst. Jetzt ein Ausbruch baldig, würde ich fühlen. Ey, das wäre so genial. Dann würde ich einfach den, dann habt ihr hier einen Lodi, perfekt. Oh, die kommen jetzt gleich alle zu mir. Was halt gut, der wäre der LKW irgendwo. Aber der wäre halt auffällig. Oder ganz ans hohen Rand legen und beten, dass du eins gegen eins bekommst. Wird ja niemals passieren. Kann sein, die sind sich da übel am fighten. Und wenn du Glück hast, gewinnst du das Spiel ohne schießen, weil die alle in die Zone moving müssen. Und wenn die sich da richtig abfacken gegenseitig, kannst du gute Chancen haben. Mein Trick hat auch schon mal ein Spiel gewonnen, ohne zu schießen. Ja. Schön auf der Brücke gekrochen. Um das zu geht nicht mehr. Er ist einfach nur gekrochen. Und dann sind alle gestorben von der Zone. Ja. Ja, wenn aber jetzt von der Seite jemand kommt, bin ich sowas von tot. Fünf Teams, 13 Leute. Wo sind die alle? Auf der ganz anderen Seite von der Zone. Das ist ja wirklich keiner bei dir. Ja, weil hier ist ja auch tot. Da drüben ist ja ein ganzes Gebäude, wo du dich mit Headglitch und alle verstecken kannst. Hier ist alles so open. Aber bitte mach, dass die Zone zu mir kommt. Bitte mach, dass die Zone zu mir kommt. Ich will mich nicht weiter bewegen. Also, ich hab Angst. Nein. Es sind aber nur mal fünf Leute. Das sind alles... Wenn du kannst, geh mal zu dem Baum vor dir und guck mal ein bisschen drüber, ob du was siehst. Vielleicht kannst du einen raussnipen. Ja, da ist ein Laster vorbei. Der ist in den Laster gestiegen. Das ist genau da. Du hast einen schwarzen Skin an, oder? Äh, nein. Scheiße. Ich bin ein Wikinger. Du wärst grad so unsichtbar. Ist echt so. Ja, aber man sieht mich hier. Es kann niemals klappen. Es kann niemals klappen. Den Lowdown werfen und sich dahinter stellen. Vielleicht kannst du den rausnehmen. Nein, nein, warte. Warte, warte. Es sind nur noch vier Einzelne. Drei Leute, drei Leute. Du kriegst doch den Lowdown einfach vor dich zur Ablenkung. Also richtig weit vorwärts. Einfach nur zur Ablenkung. Die denken sich jetzt auch, what the fuck, Hacker. Hacker. Es wird jetzt gekämmt, bis zum Gehtnichtmehr. Du packst das. Du packst das. Es sind nur noch zwei Leute, ist es da. Geh früh mit der Gasmaske. So, dass du den up-aimen kannst, Regina. Du musst jetzt schon loslaufen. Jetzt loslaufen. Und jetzt legst du dich irgendwo am Anfang der Zone, so dass du den siehst. Es ist eins gegen eins. Nein. Doch. Ich sehe nicht. Doch, da am Baum, links von. Links, weiter links. Da am Baum, weiter rein. Oh, hat sich dann das bewegt. Ja, ich sehe es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gigi. Geile, Alter. Alter Schwede. Nice. Oh mein Gott. Geile Scheiße, ey. Easy Upload. Also, gell. Vielen Dank.